Hallo Freunde von Woloforships und herzlich willkommen zu einem fulminanten Infovideo über den Closedest 12.2. Es gibt einige Neuigkeiten, etwas für alte Spieler, etwas für neue Spieler, etwas für das Voranschreiten und natürlich Ranked- und Clangefechte. Nun denn, kommen wir zuerst zu einem ganz speziellen Thema, nämlich das Badewannevent. Für alle alten Spieler, die das schon einmal erfahren haben. Ein ganz besonderes Ereignis, das uns wahrscheinlich durch den Rückblick, durch die lange Zeit, wo wir es noch nicht mehr gespielt haben, ein bisschen romantisiert wird. Aber ein super Gefecht, ein super Event, das wir damals zu wenig Schätzen gewusst haben, aber jetzt wieder ins Spiel kommt. Wargaming meinte vor einiger Zeit, dass das Badewannevent, so wie wir es kennen, nicht einfach übernommen werden kann. Da die Basis des Spiels sich so weit von dem ursprünglichen entfernt hat, dass eine 1 zu 1 Kopie nur mit extremen Aufwand möglich wäre. Dementsprechend hat Wargaming die Möglichkeit in Betracht gezogen, einfach etwas Neues zu machen und das ist jetzt passiert. Als neuer April schaut das Badewannevent mit dem neuen, oder mit der Badewanne, oder Hot Tub Map. Und ihr seht es schon die ganze Zeit im Hintergrund, denn diesmal sind keine Schiffe mit dabei, sondern wir haben in einer übergroßen Whirlpool-Badewanne die Möglichkeit mit Entenschiffen an diesen Bierringen. Also alles, was in einer amerikanischen Badewanne dazugehört, wie es aussieht. Kleine Schwimmringe, in denen wir Dosen voller Bier oder Limo im lauwarmen Wasser abstellen können. Oh Gott! Und eine fette Katze, die uns beobachtet. Hier mit dabei, mit kleinen Haien, etc. Wir werden mit Luigi McQuacky, mit Don Della... Ich kann das nicht mal aussprechen. Und mit Quack Ducco werden wir als Schiffe unterwegs sein. Aber das ist noch nicht alles. Wir werden eine weitere Mechanik, eine veränderte Mechanik sehen. Nämlich die RAM-Mechanik wurde außer Kraft gesetzt oder dementsprechend verändert das. Wenn wir mit unseren Entenschiffen, anderen Entenschiffe oder statische Objekte rammen, werden wir wegbouncen. Also abprallen, aber auf eine lustige, quietsche Entenart und Weise. Und Wargaming nutzt natürlich diesen Spielmodus wieder, wie damals auch schon beim Halloween-Event mit den U-Booten, etwas Neues ins Spiel zu bringen. Auf spielerische Art, sodass man sich leichter dran gewöhnt. Und hier seht ihr sie, die kleinen grünen Erbsen, die hier im amerikanischen Badewasser schwimmen. Das sind Minen. Sie funktionieren auf mechanische Art und Weise ähnlich wie die Death Charges, wie die Wasserbomben. Das bedeutet, wir können sie abwerfen und sie fallen dann ins Wasser. Dieses Mal sinken sie aber nichts auf den Grund und explodieren, sondern sie bleiben schwimmen. Die Minen explodieren dann nach einer gewissen Zeit oder bei Feindkontakt mit einem anderen Schiff. Also bei Kontakt mit einem Feindschiff. Und haben dann die Möglichkeit, Flutung zu erzeugen. In welchem prozentuellen Wahrscheinlichkeitsbereich die Minen, den Torpedos etwas voraus haben. Das wird Wargaming dann in diversen anderen Spielmodi, in anderen Events, dann in normalen Gefechten testen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Diese Gefechte werden im neuen Versus 9 Format abgehalten mit den Regeln des Domination Modus. Die Rubberducks haben eigene Kapitäne und die seht ihr hier. Wir haben, wie schon vorher einmal gesehen, am Schiff den Zorro-Kapitän. Dann diesen italienischen, komischen Kapitän. Dann ganz rechts außen natürlich den Phantom-Kommando Arnold Schwarzenegger-Kapitän. Links unten einen fetten Western-Amerikaner. Dann in der Mitte unten natürlich einen Rambo. Und rechts den Terminator, wenn auch nur stilistisch angelehnt. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese kleine, ja, was soll man sagen. Ich sage mal, es ist ein bisschen Fanservice von Wargaming, dass das gemacht wird. Natürlich geht es auch weiter mit den Panamerikanischen Kreuzern. So unspektakulär mit der zweiten Änderung das auch sein könnte. Mit Update 12.2, so wo wie auch das Badewannen-Event ins Spiel kommt, wird der Early Access der Panamerikanischen Kreuzer, was ist denn jetzt los, beginnen. Zu Ehren des Events bekommen wir eine thematisch passende permanente Flagge für die Stufe 8 und Stufe 10 Schiffe und eine commemorative Flag wird natürlich auch mit reingepackt. Der Hafen Rio de Janeiro wird noch einmal neu dekoriert. Wie ihr sehen könnt, geht hier einiges rund im Hafen von Rio de Janeiro und das wird ziemlich bunt. Außerdem bekommen wir natürlich, wie mit jedem neuen Patch, die Ranked Battles, also die gewerteten Gefechte. Diese Season wird es wieder nur einen Stern zum Sichern geben für alle unterschiedlichen Ligen, nämlich der erste des Verliererteams. Wir haben in der Bronze- und in der Silver-Liga 6 gegen 6 von Stufe 8 bis Stufe 9, also quasi Stufe 9, und in der Gold-Liga 6 gegen 6 in Stufe 10. Sehr gut, viel Sekundärartillerie wieder. Es gibt ein paar Änderungen in den Clan-Gefechten. Die Karte Shatter wird removed, also wird verändert, rausgenommen, untersetzt durch Hotspot. Wir haben theoretisch die Star-Kita-Kase und die Star-Edinburgh noch dazu, mit den Charakteristiken wie die Kita-Kase und die Edinburgh und neue Commander mit Andromeda und Triangulum mit einzigartigen Voice-Overs. Also ihr seht schon, es gibt eine neue Kooperation. Es gibt also diese Kamu oder diese, kann man fast nicht sagen als Kamu, eine Kamu liegt ja nur auf, aber diese Veränderung der Äußerlichkeiten des Schiffes wird sich verändern, abhängig davon, also die Äußerlichkeit des Schiffes wird sich verändern, abhängig davon, ob das Schiff entdeckt ist oder eben nicht. Da bin ich mal gespannt. Neben der Einführung der U-Boat Commander-Embleme und der unterschiedlichen Badges, die wir für erfolgreiche U-Boat-Gefechte bekommen, bis hin zu Average 60.000 Schaden mit dem U-Boat, gibt es auch eine Änderung in der Drop-Mechanik zu den Kapitänen. Wie wir im Hintergrund sehen können, ist es früher möglich gewesen, wenn man mehrere Kisten mit dem Inhalt verschiedener Kapitäne aufgemacht hat, denselben Kapitän immer wieder zu bekommen, ohne dass man je einen anderen bekommen hätte. Dies ist nun nicht mehr möglich. Hier wird es wie bei den Schiffen die Möglichkeit geben, dass man, wenn man den einen Kapitän schon hat, sollte man denselben Kapitän noch einmal droppen, dann einfach ein anderer gedroppt wird, damit man keine Duplikate mehr hat. Also ganz praktisch, so bekommt man eher alles, was Wargaming uns hier offeriert, zu bekommen. Gut, das war es jetzt schon mit dem kleinen Infovideo. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder beim Badewannen-Event. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020